Die Jünger und Jesus kamen in einem Boot in einen gewaltigen Sturm. Was tat Jesus, während die Jünger sich sehr fürchteten? Der Sturm auf dem See Er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich auf dem See ein gewaltiger Sturm, sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn, sie riefen, Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den Winden und dem See und es trat völlige Stille ein. Die Menschen aber staunten und sagten, was für einer ist dieser, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen? Die Menschen, die Winde und die Nähe des Windes, die sie schliefen. Vielen Dank.